Diese irre Hochzeitstorte hat Paris Hiltons Hochzeitsgäste verzaubert, Paris Hilton, 40, und ihr verlobter Kater Reum haben nach zwei Jahren Beziehung endlich ja gesagt. Jetzt kommen immer mehr Details zur Hochzeitsfeier des Glamour-Paares ans Licht. Ihre Luxus-Hochzeit hat sich das Brautpaar einiges kosten lassen, von einer fünfstöckigen Hochzeitstorte bis hin zum Designer-Brautkleid. Lecker, Paris Hilton setzt auf Luxus pur bei der Heiratsnascherei. Der kalorienreiche Hochzeitskuchen des Brautpaares bestand aus fünf gigantischen Etagen und wurde von der Konditorei Joanie & Lies Cakes in Los Angeles Anger fertigt. Auf dem mittleren Stockwerk wurden die Initialen des Brautpaares angebracht, die oberste Etage zierte, ganz im Stil der Millionenerbin, eine goldene Krone. Als weitere Deko-Elemente hatte sich das Brautpaar weiße und rosafarbene Rosenblüten gewünscht. Für musikalische Hintergrundmusik hatten Paris und Carter prominente Gäste wie Demi Lovato, 29 geladen. Diese performte den Hochzeitsklassiker I Will Always Love You von Whitney Houston. Dabei war die Braut von Demi Performance mehr als begeistert, ich fand es wunderbar, wie Demi Lovato I Will Always Love You gesungen hat. Es war fantastisch, schwärmt die 40-Jährige. Harris Hilton heiratete in einem maßangefertigten Prinzessinnenkleid. Das Brautpaar feierte ihre Vermählung dabei mit vielen prominenten Gästen. In ihrem Prinzessinnenkleid von Stardesigner Oscar de la Renta mit Megaschleppe und weißen 3D-Blüten bezauberte die 40-Jährige wohl nicht nur ihre Gäste, sondern auch ihren Bräutigam. Zu essen gab es exquisite Köstlichkeiten wie Kaviar und Thunfisch-Tata. Die Hochzeitstorte des Brautpaares dürfte aber das gesamte Menü bei weitem übertroffen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017